Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Große Runde. Schönen guten Abend. Ja, woran? Vielen Dank. Ja, woran merkt man, dass gerade Revolution ist? Antwort an Millie Vanilli. Sie war gerade elf Jahre alt und lebte in Dresden, als die Mauer fiel. Doch erst als Girl I'm Gonna Miss You plötzlich im DDR-Fernsehen lief, da wusste sie, jetzt ist was Großes passiert. Als später herauskam, dass die beiden Sänger gar nicht gesungen hatten, sagte sie den schönen Satz, meine erste große Enttäuschung mit dem Westen. Vielleicht liegt es also an Millie Vanilli, dass sie den Laden Deutschland so dermaßen aufmischen will. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, 75% Steuern für Millionäre. Und wir sagen dann, Girl I'm Gonna Miss My 20-Euro-Schein. Herzlich willkommen also, der Parteichefin der Linken, Katja Kipping. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, er sagt, er sagt, er sagt über das Wahlprogramm der Linken, Zitat, das ist nicht für denkende Menschen gemacht, das ist eine Schnapsidee. Was ihn besonders aufregt, ist die Idee, jedem Deutschen 1000 Euro zu geben, ohne dafür arbeiten zu müssen. Zitat, ich bin nicht der Meinung, dass sich mittlerweile alle deutschen Wähler abgemeldet haben für das Dschungelcamp und so naiv sind zu glauben, dass sowas bezahlt werden kann. Herzlich willkommen also dem Wirtschafts- und Börsenexperten Dr. Friedhelm Busch. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und er schließt sich gewissermaßen an. Zitat, selbst politikferne Menschen sehen, dass das Wunschträume sind, die keiner bezahlen kann. Er ist politischer Kabarettist und kann gut nachvollziehen, dass eine gewisse Politikverdrossenheit um sich greift. Er selbst hat jahrelang in der Wahlkabine auf den Wahlzettel einen zusätzlichen schönen Kreis gemalt und dahinter geschrieben, nein danke, mir gefällt nichts. Herzlich willkommen also, Horst Schroth. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Das ist eigentlich traurig. Ja, und selbiger Horst Schroth hat hier bei uns in der Sendung mal erzählt, dass der schlimmste Horror für Männer in der Tat Beziehungsgespräche sind und darauf hingewiesen, dass der typische Einleitungssatz für solche Beziehungsgespräche häufig lautet, Schatz, findest du mich eigentlich dick? Wie man als Mann darauf zu reagieren hat, wird er uns gleich erzählen. Er nähert sich der Thematik gerade mit einem sehr, sehr starken Theaterstück, Tag der Gnade, in dem ein Mann plötzlich die Chance auf ein neues Leben mit seiner Geliebten hat. Er selbst weiß mittlerweile, wie ein Mann zu sein hat. Zitat, ich habe ziemlich spät begriffen, dass Männer gar nicht gut aussehen müssen. Die können auch eine Glatze haben. Hauptsache, in der Hose ist was los. Herzlich willkommen also dem großartigen Schauspieler Herbert Knaub. Sie spielt die Hauptrolle in diesem Stück, über das wir gleich reden werden. Es geht darum, wie sich Menschen verhalten, wenn sie die Chance auf einen Neuanfang haben, sagte sie. Und wir wollen mit ihr über ein Interview sprechen, das lange zurückliegt und das heute in einem völlig anderen Licht erscheint. Anfang der 80er muss es gewesen sein. Sie war ein Teenager von 15 Jahren und sie traf Klaus Kinski zum Gespräch. Doch der wollte nicht mit ihr sprechen, sondern sperrte sie ein in ein Zimmer seines Hauses. Herzlich willkommen, Desiree Nospusch. Schön, dass du bei uns bist. Ja, und ein toller Kollege. Er ist mittlerweile das Gesicht bei den Kollegen von Vox. Erst gestern waren ja Mrs. Greenbird bei uns zu Gast. Siegreich aus seiner Show. Er ist auch hervorgegangen, was aber kaum einer weiß. Er hat als Schauspieler angefangen, unter anderem in preisverdächtigen Meisterwerken wie Pop-Tisch-Schlang oder auch Zwei Engel für Amor und auch in einem wunderbaren Rosamunde-Pilcher-Film mit dem für einen Pilcher-Film, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen Titel Sieg der Liebe. Jetzt arbeitet er mit Martin Rütter und das Ergebnis ist ein großer Spaß. Herzlich willkommen in Jochen Schropp. Schön, dass du bei uns bist. Ja, lass uns gleich über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Herr Knaupf, wie ist das, du verstehen mit der Hose, in der was los zu sein hat? Ich wusste auch nicht mehr, was ich da gesagt habe, dass ich jetzt gleich als Erster dran bin. Das verwundert mich jetzt wirklich. Ja, mit so. Nicht, das verwundert mich natürlich nicht, aber in der Hose ist das los. Natürlich meinte ich meinen Geldbeutel, den ich immer hier rechts trage. Und natürlich muss da was los sein, sozusagen, dass ich Damen der Gesellschaft ausführen kann, einladen kann, sozusagen. Und in der Richtung war das eigentlich gemeint. Ja, sehen Sie mal, da sind wir direkt beim Thema. Das ist sensationell, wie er diese Kurve jetzt versucht zu kriegen. Ruder, Ruder, Ruder zurück, ja. Frau Kipping würde in diesem... Aber geschickter Themenschwank, oder? Ja, sehr, sehr. Und wir sind schon direkt beim Thema, Frau Kipping. Sie würden ihm ja in diesen Geldbeutel direkt mal 1.000 Euro reinlegen. Das stimmt allerdings. Also vielleicht doch mal eine Vorbewerbung vorweg. Die 1.000 Euro Grundeinkommen stehen nicht in unserem Wahlprogrammentwurf, aber ich persönlich bin eine große Anhängerin von dieser Idee. Und in der Tat, ich finde, dass wir in der Demokratie darüber nachdenken müssen, wie jeder in die Lage versetzt wird, sich irgendwie einbringen zu können. Und das setzt halt voraus, dass man im Mindestmaß abgesichert ist. Allerdings muss das auch finanziert werden. Und deswegen schlagen wir auch vor, dass es eine deutlich stärkere Besteuerung dann der höheren Einkommen gibt. So, genau. Und jetzt lass uns doch mal konkret darüber reden. Wir haben uns heute vorgenommen, uns wirklich mal, das ist ja der Vorwurf, der häufig kommt, wir reden nie über Inhalte, sondern wir machen da Theater und Halligalli. Heute reden wir nur über Inhalte. Diese 1.000 Euro. Wer ist für 1.000 Euro jeden Monat einfach so? Hände hoch. Ach, sind da gar nicht alle? Nee. Das ist interessant. Das ist ja aber schaubar. Wollen Sie mehr oder wollen Sie weniger? 2.000. Wer ist für 2.000 Euro? Ja, guck mal, wird schon deutlich besser. Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft, Herr Busch. Also 1.000 Euro für jeden. So eine feine Sache, oder nicht? 1.000 Euro für jeden Erwachsenen und Kinder, werden Sie ja wahrscheinlich nicht außen vor lassen wollen. Die müssten Sie miterwähnen, die Kinder kriegen ja auch was. Genau. Nicht direkt 1.000, aber sagen wir mal 900. Lass uns einmal die Eckdaten klären. Nein, nein, nein. Die Idee ist folgende, wenn ich das richtig gelesen habe, Frau Kipping, helfen Sie mir bitte. Ab 16.000 Euro für jeden? Genau. Er arbeitet, oder? Nein, der nicht, also es ist egal, was der macht. Es ist egal, Bedingungslos, ja. Bedingungslos. Und bis 16? Und bei Kindern, also da bin ich gegenwärtig erstmal für eine Kindergrundsicherung. Und bei Kindern muss man in der Tat... Wo liegt die? Es gibt momentan ein Bündnis von GEW bis Kinderschutzbund, die sagen schon heute, wäre es sinnvoll für jedes Kind eine Kindergrundsicherung von 500 Euro im Monat. Und vor allen Dingen, aber bei Kindern, glaube ich, muss man mehr über öffentliche Infrastruktur, dass jedes Kind einen Kinderplatz zur Verfügung hat. Okay, aber lass uns mal 500 kriegen Sie mal. Genau, aber lass uns einmal kurz bei diesem Thema bleiben. Also Kinder von, also von Geburt an bis 16, 500 Euro. Sieht man bestimmt auch die Finanzierung hinaus? Nein, 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 ich will erstmal wissen, wie die Idee ist. Das ist ja eigentlich eine spannende Idee. Und ehrlich gesagt wäre es... Und es ist natürlich, das muss man dazu sagen, das ist ein Kulturbruch. Weil viele denken, was denn, wer arbeitet denn dann? Ja. Und die spannende Sache ist ja... Die Frage ist, ist es ein Kulturbruch oder ist es eine reine Provokation, sowas zu fordern? Aber mich interessiert, haben Sie mal ausgerechnet, was es kostet? Ja, natürlich... Die gesamte Summe, kennen Sie die? Monatlich? Ja, ja, natürlich. Es gibt dazu Finanzierungsmodelle und man muss ungefähr sagen, dass man 40 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt neu umverteilen sollte. Also die Summe? Die Summe ist irgendwas um 900 Milliarden Euro. Das ist eine enorme Menge, das bezahlst du nicht aus der Portokasse. Im Monat, Frau Kipping? Nein, im Jahr. Bevor wir auf die Finanzierungsfrage gehen, weil in der Tat, das gebe ich zu... Stopp, darf ich einmal ganz kurz dazwischen, weil sonst verwirren wir unsere Zuschauer... Frau Kipping, einmal ganz kurz für die Zuschauer zu Hause. Also es kostet ungefähr 960 Milliarden im Jahr. Dafür haben wir dann alle 1000 Euro im Portemonnaie jeden Monat. Das Problem ist, Deutschland nimmt im Jahr nur knapp 600 Milliarden an Steuern überhaupt ein. Das heißt, wo kommen die restlichen 350 Milliarden her? Die nehmen wir halt nochmal dazwischen. Die nehmen wir nur ein, weil es auch Leute gibt, die arbeiten und Steuern zahlen können. Ja, ja, aber einfach nur mal die graue Theorie sozusagen. Wir haben ja in dieser Sendung schon häufiger über diese Idee gesprochen, weil das eigentlich eine schöne Idee ist. Und es ist ja auch nicht so, dass alle, auch ernstzunehmende, zum Beispiel Wirtschaftsweise und Theoretiker sagen, das ist alles Schwachsinn, sondern darüber könnte man mal nachdenken. Aber trotzdem die Frage, woher kommt der Rest der Kohle? In dem Finanzierungsmodell, was ich gut finde, gibt es folgende Finanzierungssäulen. Eine Säule ist, es gibt heute jede Menge Geld, die in sozusagen in Hartz IV fließt, auch in Sozialdetektive fließt. Das ist Geld, was man einsparen könnte und direkt darin einfließen lassen könnte. Aber Sozialdetektive kosten ja nicht Milliarden, Frau Kippin. Die zweite, und das ist die zentrale Finanzierungssäule, wäre eine zusätzliche Grundeinkommensabgabe von 35 Prozent auf jeden Euro, den man netto, also auf die Einkommenssteuer obendrauf. Das hätte eine Verteilung. Moment, für jeden. Darf ich das kurz zu Ende ausführen? Nur ganz kurz, Frau Kippin. Nein, 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 zum Verständnis, wir wollen Ihnen folgen, Frau Kippin. Ja, natürlich. 35 Prozent für jeden? Genau, das hätte folgende Verteilungswirkung im Ergebnis. Jeder bekommt 1.000 Euro und ab einem gewissen Einkommen gibt es ja dann auch die stärkere Besteuerung. Man kann sagen, das reichste Drittel der Bevölkerung würde zur Kasse gezogen werden. Das fängt so ab dem Einkommen Bundestagsabgeordneten an. Die machen Wiese bei diesem Modell. Sie sind dann dran. Die mittleren, genau, die mittleren, manchmal ist man halt auch richtig selbstlos als Politikerin, und die mittleren zwei Drittel werden deutlich sichergestellt, beziehungsweise besser gestellt als heute, als es heute der Fall ist. Und eine dritte Finanzierungsquelle noch zu nennen, es gibt ja in der Volkswirtschaft so eine Faustregel, wo man sagt, von jedem Euro den Haushalte mit niedrigem bis mittleren Einkommen mehr bekommen, landen ungefähr 33 Cent sowieso wieder im Staatshaushalt, weil Menschen mit einem niedrigeren Einkommen, die geben das auch wieder aus, das kurbelt die Wirtschaft an, da fällt dann wieder Umsatzsteuer an, etc. Aber diese Gelder brauchen wir auch für die Politiker, diese Gelder brauchen wir auch für die Bildung, diese Gelder brauchen wir auch für die Straße. Aber für die brauchen wir nicht so viel. Ja, nicht so viel, aber überall brauchen wir Geld. Aber ich finde, ich finde, bevor man, nein, natürlich nicht, bevor man über die Finanzierungsfragen hat, muss man überhaupt erst mal die Frage stellen, warum fuddere ich das, was ja offensichtlich für viele eine Provokation ist. Und in den letzten Jahren ist die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land immer weiter auseinandergegangen. Das hat ein Maß angenommen, was ich finde, was nicht mehr hinnehmt. Wo man auch nicht mehr sagen kann, das Einkommen begründet sich aus Leistung. Wer heutzutage in einem DAX-30-Unternehmen-Vorstand sitzt, der bekommt im Jahr durchschnittlich drei Millionen. Und glauben Sie wirklich, dass das auf purer Leistung basiert? Oder jemand, der einfach ein paar Schuldpapiere kauft und weiterverkauft, geht am Jahresende mit Millionen nach Hause? Kann mir doch niemand sagen, dass der so viel mehr leistet als eine Friseurin, die mit vier Euro-Stunden nach Hause lebt. Wenn wir über die Leistung reden, dann frage ich mich natürlich, wenn man als Paar 2.000 Euro zusammen hat, welche Leistung möchte man denn dann überhaupt noch erbringen? Es gibt doch bestimmt Pärchen, die mit 2.000 Euro mehr als glücklich sind und mehr Geld dann hätten, als sie vielleicht jetzt haben, wenn sie einen Job haben. In die Politik gehen die dann. Also in der Tat fände ich es gut, wenn mehr Menschen dann auch Zeit haben, sich in Politik einzubringen, weil ich in der Demokratie nicht den Berufspolitikerinnen überlassen möchte. Frau Kipping, ein Wähler hat Sie gerade gefragt. Also er fragte gerade, wo soll denn der Leistungsanreiz sein? Sag mal, ein potenzieller Wähler, da soll sich ja niemand outen, wen er will. Er wählt auf jeden Fall. Er wählt nicht zwangsläufig Sie, aber er wählt auf jeden Fall. Also ein Wähler fragt gerade, wie soll das denn funktionieren? Wo soll denn der Leistungsanreiz sein für Menschen, morgens noch aufzustehen, wenn die Kohle auch so kommt? Das ist eine ganz spannende Frage. Und man kann ja erst mal bei sich selber anfangen, wenn man über die anderen redet. Würde man selber, was würde mit einem selber passieren, wenn man 1.000 Euro im Monat bekommt? Würden Sie mit Ihrer Arbeit aufhören, die zu machen? Nein, also ich liebe meine Arbeit. Ich muss sagen, ich hatte wie wahrscheinlich viele Schauspieler oder generell Künstler, hatte ich natürlich auch schwere Zeiten. Und ich muss sagen, die Zeiten, wo ich nicht wusste, wo das Geld herkommt, haben mich auch stärker gemacht. Also die haben mich demütiger gemacht, die haben mich neugierig gemacht. Ich habe Respekt davor bekommen, was ich tue. Und ich finde, das hat mich auch geprägt. Man muss kreativ werden, um irgendwie Geld zu verdienen. Und wenn da natürlich immer selbstverständlich Geld kommt und Geld kommt, kann so eine Art, so eine Faulheit sich einschleichen. Aber es gibt ja auch großartige Künstler, die schon seit Jahren ein gutes Einkommen haben und deswegen trotzdem nicht nachlassen mit ihrer Kreativität. Aber es ist ja nicht jeder ein Künstler, es ist ja nicht jeder von der Muse geküsst. Ich sage mal, ein Busfahrer wird nicht sagen, das inspiriert mich jeden Morgen um fünf auf diesen Bock da zu steigen und den Bus zu fahren, von morgens bis abends oder ins Lager zu gehen zum Beispiel. Das ist ja nicht schön bei Wind und Wetter. Naja, aber das finde ich, da unterstellt man jetzt, dass Tätigkeiten jenseits der Politik und des Kunstbetriebes irgendwie nur langweilig sind. Es gibt doch unterschiedliche Anreize, auf Arbeit zu gehen. Und warum sollen die anderen immer so viel fauler als man selber sein? Frau Kipping, ich habe als Tellerwäscher gearbeitet. Glauben Sie mir, wenn mir einer die Kohle so gegeben hätte, ich wäre jeden Tag liegen geblieben. Ich würde gerne auf dieses Beispiel eingehen, weil das mit den Tellerwaschen ist ein super Beispiel. Ich finde, inzwischen gibt es wirklich hervorragende Geschirrspülmaschinen. Das ist eine Arbeit, die man ernsthaft den Maschinen umgebt. Stopp. Und es gibt im Gegenzug viele Tätigkeiten, zum Beispiel in der Pflege, die man niemals maschinell erledigen kann. Entschuldigung, Geschirrspüler machen es heute, wir hatten damals eine Geschirrspülmaschine, das war ein Riesenrestaurantbetrieb und ich habe da eingeräumt, ausgeräumt und musste mich dazwischen immer wieder ducken, weil die Pfannen vom Koch in meine Richtung flogen, wenn ich nicht schnell genug war. Also insofern, das war schon eine Tätigkeit, die durchaus notwendig war und die gibt es heute noch. Ich wollte ja auch, wenn Sie mich den zweiten Teil hätten sagen lassen können, es gibt ja im Gegenzug viele Bereiche, wo man sogar noch mehr Arbeitskräfte braucht, zum Beispiel im Bereich Pflege. Und auch wenn man Leute fragt, die im Pflegebereich tätig sind, würden Sie aufhören, Ihre Arbeit zu tun, nur wenn Sie 1000 Euro kommen, sagen die meisten, nein, ich würde vielleicht etwas weniger arbeiten, damit ich nicht so gestresst bin. Insofern, es gibt unterschiedliche Anreize zu arbeiten und vielleicht, wenn man möchte, wenn es eine Tätigkeit gibt, die notwendig ist und man möchte, dass die jemand tut, dann muss man zum einen sagen, 1000 Euro alleine reichen den wenigsten. Zweitens muss man sagen, dann muss halt die Arbeitszeit etwas kürzer ausfallen, weil eine Tätigkeit, die, wenn ich sie 60 Stunden die Woche mache, vielleicht anstrengend ist, aber wenn ich sie 30 Stunden mache, empfinde ich sie als eine Sinnstiftung. Und das Dritte ist natürlich, man muss auch die Arbeitsbedingungen verbessern, zum Beispiel im Bereich Pflege. Dass die Leute kaum noch, so wie ich jetzt nicht Zeit habe auszusprechen, haben die Leute dort keine Zeit, sich in Ruhe um den Einzelnen zu pflegen. Sie haben durchaus einen großen Redeanteil im Moment, das läuft alles gut für Sie. Ich würde gerne, Desiree Losbusch, an der Stelle mal fragen, wenn man das durch die amerikanische Brille mal sieht, was wir hier auch diskutieren, also bedingungsloses Grundeinkommen, 1000 Euro für jeden. In Amerika ist es doch eigentlich das krasse Gegenteil, was man dort... Könnte man das jetzt Leiden auf hohem Niveau nennen, das stimmt, ja. Leiden auf hohem Niveau? Auf hohem Niveau. Also ich meine, die Absicherung dort, wo ich lebe, die ist natürlich, das ist das andere, die ist nach gar nicht gegeben. Also da ist gar nichts, da ist ja nicht mal so, dass du krankenversichert bist. Da wird ja jetzt hart dran gearbeitet seit einigen Jahren unter der neuen Regierung, aber... Heißt das, wir sind verwöhnt? Also ich glaube, wenn man sich überlegt, ob man irgendwie 1000 Euro jeden Monat einfach so überwiesen bekommt und dafür nicht aufstehen muss, ich halte das für verwöhnt. Herbert Klaup hat selber lange Jahre auch in WGs gewohnt. Ja. Wie war es denn da? War das eine... Manche hatten weniger, manche hatten was, manche hatten was vom Sozialamt oder BAföG oder sowas waren die unterstützt und da, also in jungen Jahren, das hat man dann zusammengeworfen und gemeinsam Spaghetti gekocht oder irgend sowas betrieben. Vier Mann in der WG, 4000 Euro, da muss man nie wieder aufstehen. Stimmt. Da musst du nie mehr aufstehen, das ist richtig. Bleibst du einfach liegen. Ja. Was sagt denn der politische Kabarettist Horst Schroth dazu? Ich frage mich gerade, Frau Kipping, wenn Sie so abends nach Hause kommen, Ihren Lieben nochmal einen Gute-Nacht-Kuss gegeben haben, dann ganz allein in Ihrer Wohnung sitzen, ist ganz ruhig. Glauben Sie das wirklich, was Sie gerade erzählt haben? Also erstens, ich habe eine kleine Tochter, leider ist es auch abends nicht immer wirklich ruhig, aber zweitens, wissen Sie, wir wissen ja, niemand von uns kann genau sagen, was passiert in einer Gesellschaft, wo es ein Grundeinkommen gibt. Wir erleben jetzt aber das komplette Gegenteil von einem Grundeinkommen, Hartz IV und ich habe in meiner Arbeit immer wieder mit den Auswirkungen davon zu tun gehabt und ich sehe, wozu Sanktionen führen, in was für eine Existenznot Menschen kommen. Ich sehe, dass wenn es eine Regel gibt, die Leuten halt dazu zwingt, Arbeit anzunehmen, denen sie vielleicht überhaupt nicht klarkommen, was das auch für Krankheit verursachen kann und ich sehe vor allen Dingen auch, was mit der Welt der Arbeit passiert, weil wir haben ja heute das Problem, dass dieses Damoklesschwert, wenn du deinen Job verlierst, fällst du in Hartz IV und damit in ein System, wo du wirklich auch Schikane ausgesetzt bist, dass dann Leute bereit sind, schlechte Löhne in Kauf zu nehmen und vor allen Dingen, wie wir jetzt wissen, jeder Zweite sich sogar krank auf Arbeit schleppt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann man diesen Erpressungsdruck auch gegenüber Beschäftigten verändern und deswegen sage ich, der Kampf um das Grundeinkommen, da geht es gar nicht um die Erwerbslosen, da geht es vor allen Dingen darum, dass diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, in einer besseren Verhandlungssituation sind, um bessere Löhne rauszuhandeln und familienfreundlichere Arbeitszeiten. Wenn Sie den Mittelstand so auspressen, wie Sie das vorhaben, dann haben wir bald keine Arbeitsplätze mehr. Denn der Mittelstand ist es, das sind diese Millionäre, die dann ja nur an Kaviar und an sowas denken, dieser Mittelstand ist es, der die Arbeitsplätze aufbaut. Und wenn Sie sagen, von euch wollen wir 75 Prozent Einkommenssteuer haben und unter Umständen sogar 100 Prozent, wenn ihr über eine bestimmte Grenze kommt, was meinen Sie machen diese Menschen, wenn sie tatsächlich mal die Macht ergriffen haben und in Deutschland das Sagen haben? Was machen die? Also zum einen, wenn Sie unser Wahlprogramm dann mal richtig... Die ziehen im Zweifel nach Luxemburg, sagt Desiree. Also zum einen, ich würde mir mal eine Sache klarstellen, weil Sie immer davon nicht so wollen, den Mittelstand schröpfen. Wir haben ein Einkommenssteuermodell vorgeschlagen, was vor Sie, dass jeder, der im Monat bis zu 6.000 Euro Einkommen hat, sogar weniger zahlen muss als heute. Nicht Mittelstand, nicht Mittelstand. Lass uns einfach nur über diese Idee der 1.000 Euro sprechen. Wir verwirren sonst die Menschen zu Hause. Warum glaubt man, dass das funktionieren könnte, wenn man aus einem Land kommt, in dem es schon mal richtig schiefgegangen ist? Nämlich aus der DDR. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal über den Sozialismus verständigen, weil ich sage mal so, das, was in der DDR geherrscht hat, das ist nicht das, was ich anstrebe. Das ist überhaupt nicht der demokratische Sozialismus. Und das Problem der DDR war ja nicht, dass es eine soziale Grundabsicherung gab. Die gab es ja in dem Maße auch gar nicht. Sondern da gab es eher, dass für jeden ein Arbeitsplatz geschaffen worden ist. Und sei es, indem man ziemlich absurd und aufgebläht in den Betrieben Arbeitsplätze geschaffen hat. Also insofern ist das... Ohne Arbeit. Arbeitsplätze ohne Arbeit. Ja, ja. Das soll es gehen. Und das Problem... Toll. Und das Problem... Ja, also ich sage ja, ich will die DDR nicht wiederhaben. Und das Problem der DDR war ja eher ein anderes. Nämlich die Frage, dass es dort nicht eine lebendige Demokratie und einen lebendigen Diskurs gegeben hat. Und deswegen diskutieren wir heute Abend darüber. Mir kommt es halt so vor, als würden die Linken versuchen, Sozialismus zu retten, indem sie damit im Kapitalismus weiterleben. Das heißt ja, ich versuche meine kaputte Ehe dadurch zu retten, dass ich meine Ehefrau meiner Geliebten bekannt mache. Das ist ein schöner Vergleich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So viel zu diesem Thema. Ist es eigentlich so, Herr Dr. Busch, dass Dr. Annette Scherwan ihren Doktortitel abgeben muss, Ihrer Meinung nach? Ich vermute mal. Ich habe von diesem Thema keine Ahnung. Nein, aber Ihr persönliches Gefühl. Also da geht eine Universität her und sagt, da hat jemand abgeschrieben und hat jemand sich sozusagen geistig bei anderen Menschen bedient und ist Forschungsministerin in diesem Land. Wenn das so stimmt, wie Sie es jetzt gerade in den Raum stellen, dann müsste sie tatsächlich den Titel abgeben. Beziehungsweise dann wird wahrscheinlich auch die Klage dann keinen Erfolg haben gegen dieses Urteil. Worüber haben Sie promoviert? Über ein betriebswirtschaftliches Thema. Über ein Steuerthema. Bilanzthema. Und ist damit zu rechnen, dass Sie auch beim nächsten Besuch Dr. Friedhelm Busch sein werden? Das klingt nicht sehr überzeugend, Herr Busch, muss man sagen. Ich bekomme weder wegen meines Titels von Ihnen auch nur ein Euro mehr Honorar, noch werden wir im täglichen Leben... Das war keine Antwort auf meine Frage, Herr Busch, aber wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und nehmen das zur Kenntnis. Lesen Sie meine Arbeit und wenn Sie sie dann verstanden haben, dann... Ich wusste es, irgendwann fährt da ganz schwer das Geschütz auf, das war mir klar. Ja, Frau Kipping, muss Dr. Annette Schawan zurücktreten, ja oder nein? Naja, ich finde, sie ist bis heute im Ausland und man sollte jetzt auch mal die Zeit lassen, noch diesen Aufenthalt zu Ende zu bringen, zurückzukommen, sich mit Frau Merkel zu beraten. Und ich nehme mal an, dass auch Angela Merkel weiß, dass Frau Schawan zwar eine sehr beliebte Politikerin ist, auch zu Recht beliebt, aber dass es halt schon nicht haltbar ist, wenn eine Bildungsministerin... Aber das ist interessant, dass Sie jetzt nicht einfach sagen, ja, die muss zurücktreten. Es fällt ohnehin auf, dass anders als im Fall Guttenberg, wo alle sehr schnell und laut gesagt haben, jawohl, das geht so gar nicht, sich jetzt alle auffällig zurückhalten und sagen, muss man mal abwarten. Ja, weil keiner weiß, was die genau falsch gemacht hat. Das wusste doch bei Guttenberg auch keiner. Oh, naja, also ich glaube, der Fall... Es kam alles nach und nach langsam raus. Der Fall ist schon... Da wusste man auch so. Der Fall ist schon ein bisschen anders, weil es bei erstens nochmal 30 Jahre zurückliegt und ich finde, es ist in der Tat was. Das ist eine zentrale Entscheidung und wenn eine Ministerin noch im Ausland ist, dort gerade auch einen Dienstauftrag hat, finde ich, es muss auch in der Politik mal ein menschliches Maß geben, wo man sich Zeit lässt für eine Entscheidung. Weil Politik, wo du quasi im Sekundentakt entscheiden musst, ich glaube nicht, dass das gut ist für die Qualität von Entscheidungen und auch wenn ich politisch viel Dissens zu ihr habe, finde ich, muss es so ein Maß von Fairness und Umgang geben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, haben Sie recht, aber wird natürlich nicht... Wann fängt das überhaupt an, so ein Ideenklau? Wann fängt Ideenklau an, Frau Kerler-Knau? Ich mache eine Einleitung, ich mache den Schluss, im Mittelteil lasse ich mir so ein bisschen was einfallen und ich setze aber alle Fußnoten an. Ich schreibe alle Fußnoten genau, 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 genau auf. Schreibe alles ab, werde ich dann Doktor. Also bei der Raterfindung, dass man einfach grundsätzlich sagt, das ist ja alles im... Eine neue Entdeckung gemacht, eine Erfindung. Ja, das ist doch eigentlich im Raum, die Gedanken sind im Raum, ob ich jetzt von Frau Kipping was hole oder aus mir selber raus, wenn ich es aber mit Fußnoten ansetze... Ich habe heute Morgen das Fachblatt für Doktorarbeiten gelesen, also die Bild-Zeitung. Da stand es nochmal drin, so als Beispiel und ich, ja... Da wurde ja noch nicht mal paraphrasiert, also in den Beispielen. In den Beispielen, teilweise, teilweise dann doch, aber das waren winzige Beispiele aus einer Arbeit, die was weiß ich, hunderte von Seiten umfasst. Das kann ja keiner von uns, also ich nehme es nicht für mich in Anspruch, in irgendeiner Weise beurteilen zu können. Ich denke, das ist schwierig. Und dann fragt sich dann, wenn das so schwierig ist und dann sagt die Kommission, ja, sie hat also mit Betrugsabsicht gehandelt, warum haben das Professoren angenommen? Warum? Es gibt ja eine Kommission, die die Doktorarbeit prüft in der Universität, zwei bis drei Leute, ich weiß nicht, zwei sind das, nicht? Genau. Warum haben die das genommen? Warum haben die es abgedeckt? Haben die es überhaupt gelesen? Was ist da los in Düsseldorf? Alle Karneval gefeiert? Haben die Karneval gefeiert, ja genau. Im Zweifel ja. Also ich glaube auch, dass vor allem die Düsseldorfer Universität blamiert dasteht. Absolut. Die haben, also Schawan kann ich nicht beurteilen, aber was die Düsseldorfer sich da leisten, ist ein Skandal. Wie lange haben Sie gebraucht für Ihre Doktorarbeit? Das ist eine unfaire Frage. Ich stelle sie trotzdem. Die war beinahe fertig und da bin ich in den Beruf gegangen und wurde Journalist und habe diese Arbeit dann, die war bis auf ein Kapitel fertig, diese Arbeit hat die halbe Welt gesehen, weil ich die immer im Koffer hatte und jedes Mal im Hotel habe ich mir gedacht, wenn ich das Interview gemacht habe oder die Dreharbeiten erledigt sind, setze ich mich ins Hotel und schreibe das letzte Kapitel. Das ist ein ehrlicher Doktor, muss man sagen, weil man hätte es ja auch schreiben lassen können, dieses letzte kleine Kapitel von irgendjemandem, der sowas war zu schwer. Nein, das ist ein Mann aus dem letzten Jahrtausend, der schreibe auf der Erika, der das alles zusammengetippt hat. Bis meine Arbeit dann die Druckerlaubnis hatte, das ist nochmal eine Hürde. Das ist überhaupt wahr. Sechs bis sieben Jahre. Sechs bis sieben Jahre. Also extern dann, drei Jahre an der Uni gearbeitet und dann in den Beruf gegangen und dann nochmal drei, vier Jahre habe ich es dann tatsächlich geschafft. So sehen Sie mal, jetzt haben Sie sich so gequält und sitzen hier und kriegen keinen Euro mehr. Hat sich nicht ausgezahlt, muss man mal an der Stelle sagen. Sie haben es eben selber gesagt. Horst Froth, ich habe gerade mir vorgestellt, als du so beschrieben hast, dass du morgens dieses Fachblatt für Doktorarbeiten liest. Also jetzt duzen wir uns. Ja, lass uns duzen. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Haben wir letztes Mal schon gemacht, fiel mir nämlich vorhin ein. Und du sitzt dann da mit deiner Frau und die sitzt auf der anderen Seite und du hast die Zeitung so vor der Nase? Wie muss ich mir das vorstellen? Zeitungen, ja, nein, ich habe es nicht vor der Nase, ich lege sie, wir haben einen großen Tisch und dann lege ich die Zeitung so aus. Wann hat sie das letzte Mal miteinander gesprochen? Gesprochen, heute Nachmittag um drei. Dann ist sie aus dem Haus gegangen, bis dahin haben wir uns intensiv unterhalten. Ich frage das deswegen, weil Bestandteil deines sehr schönen Programms ist, was weg ist, ist weg, glaube ich, heißt das. Ja, das Aktuelle heißt, was weg ist, ist weg. Genau, und da geht es ja um diese sehr schwierigen Fragen zwischen Mann und Frau. Und es sind ja diese Beziehungsgespräche, die Männer ja fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Genau, deswegen hat man Ötzi im Gletscher gefunden. Angst vor Beziehungsgesprächen, abgehauen, lieber im Eis erfrieren, als ein Beziehungsgespräch aushalten. Wie kündigt sich denn so ein Beziehungsgespräch üblicherweise an? Naja, die Frauen stellen uns also Fragen, die bauen uns Abseitsfallen auf. Die Frauen wissen, Männer hassen Beziehungsgespräche, deswegen finden die oft am Wochenende statt. Die Frau weiß, da kann ich weg, dann kriegt ihr die Breitseite. Also stellen die Frauen uns kleine miese Abseitsfallen, gespickt mit fiesen Fragen. Die Männer wissen keine Antwort und dann erwächst daraus ein Beziehungsgespräch. Ich verstehe, aber wie beginnt das? Mit welchem Satz? Ja, zum Beispiel, was denkst du jetzt? Das ist ein beliebter Satz. Was denkst du gerade? Was denkst du gerade? Oder ja, liebst du mich? Und sehr gefürchtet auch die Frage, findest du mich zu dick? Eine ganz besonders fiese Frage, aber ist die Frage, und fällt dir gar nichts auf? Das ist besonders fiel. Dann ist man erledigt, ne? Entschuldige? Dann ist man so oder so erledigt. Ja, weil natürlich ist es schwierig, denn auf die Frage fällt dir gar nichts auf? Gibt es ja Milliarden von möglichen Antworten. Eine einzige ist richtig. Kommt aber irgendeine andere Antwort, explosionsartiger Streit und danach das Beziehungsgespräch. Was ist denn die Lösung? Wie kommt man aus der Nummer raus? Also auch wenn diese Frage kommt, Schatz, findest du mich eigentlich zu dick? Ja, da antwortet man immer nein, das ist ganz klar. Absolut nein. Egal, nicht eiernd sagen, dick verglichen mit wem oder so. Nicht gut. Ja, verstehe. Nicht direkt dick, aber dünn bist auch nicht gerade so, was soll man nicht sagen. Nein, nein. Und dann sofort den Raum verlassen, auf ein Containerschiff anheuer nach Australien. Und was ist denn bei der Frage, was fällt dir auf an mir oder fällt dir denn nichts auf? Das ist ja schon auch so negativ dann konnotiert, ne? Ja, fällt dir gar nichts auf. Man könnte ja fragen, fällt dir eigentlich was auf an mir? Nein, fällt dir denn überhaupt nichts auf an mir? Nein, die meinen ja dann alles, dieses Universum fällt mir was auf. Der Mann kommt nach Hause, möglicherweise sieht er in der Tür und fragt, als erstes fällt dir gar nichts auf. Und er weiß nicht, was er sagen soll. Er weiß nur eines, er müsste eigentlich sofort mit dem tödlichen Herzkasper auf der Fußmatte zusammenbrechen, tot im Krankenwagen abgefahren werden. Das wäre die einzige Chance, lebend aus der Nummer rauszukommen. Nein, er schießt ihm alles durch den Kopf, was soll ich sagen? Nichts über Klamotten, nichts über Streifenpunkte, Karos, sagst du nichts? Vielleicht neue Schuhe? Nein, alte Schuhe wieder gefunden, weil sie wieder modern geworden sind, wieder angezogen. Also gar nicht erwähnt, dass neue Schuhe sind, hat man dann auch nicht gemerkt. In der Wohnung ist passiert, Teppichboden, Lampengardinen, irgendwas anders. Es fällt ihm nichts auf. Und mein ultimativer Notausgang ist, einfach cool zu bleiben, dieser Person lange und tief und liebevoll in die Augen zu gucken und einfach zu sagen, oh, du hast abgenommen. Das ist sehr gut, ja. Herbert, Herbert lachte. Das ist eine geniale Antwort, aber geht nur ein einziges Mal. Das muss man wissen. Herbert, wie machst du das? Oh, schwierig. Wir haben natürlich auch so einen Liebeskampf zu Hause im Takttäglichen, aber ich bin da nicht dahinter gekommen. Wie ernst habt ihr jetzt? Naja, im Positiven, natürlich. Man reibt sich ja, das hält ja auch frisch und jung. Und das Gründen des Weibes oder der Frau ist ja wirklich ein Lebenswerk, würde ich schon sagen. Da haben wir keine Chance, Herbert. Nee, eben. Da haben wir keine Chance. Sie sind einfach intelligenter. Von Ihnen gibt es ja nicht. Ja, eine hohe soziale Intelligenz, emotionale und soziale Intelligenz. Ja, emotional, soziale und dann meistens auch noch doch wirklich, ja, wir haben andere Möglichkeiten manchmal. Das ist doch Multitasking. Multitasking, das ist doch das berühmte Multitasking. Ja, alles gleichzeitig. Das ist gleichzeitig die Möglichkeit. Und alles perfekt und alles gut und alles schnell. Schnell Wahnsinn. Aber das ist doch ein Gerücht, oder? Wie? Dass das so ist. Ja, das ist der richtige Ding. Das ist vielleicht auch eine Behauptung. Das kann natürlich sein. Aber du kannst es wirklich nicht nachprüfen, weil die wirklich, ja, die sich dann letztendlich doch überzeugen. Möglicherweise. Aber dieser Beziehungskampf, von dem Sie sprechen, ist das so ein, wie muss man sich das vorstellen? Also liebevolle Debatte und dann am Ende wieder... Ja, und dann reibt sich es manchmal auch und dann, ja, ich kann jetzt nicht so in Details gehen da. Geht der Liebeskampf ja weiter? Also so richtig, nein, das machen wir jetzt nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass es eben nicht langweilig ist. Was darf man denn machen? Was muss man auf jeden Fall vermeiden? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, wirklich. Letztendlich dann irgendwann auf die Frau zugehen, letztendlich. Nicht stur bleiben und auf seine Sache behaaren, sondern versuchen, es zu verbinden. Sind Sie dann so ein Schweiger, der dann tagelang nicht spricht? Nein, nein, nein. Also diese ganze Bestrafaktion, das mache ich nicht, nein. Es gibt auf jeden Fall jeden Tag eine Lösung, selbst beim heftigsten Streit, sagen wir mal so, gibt es am Abend eine Aussprache, damit man den Tag freudig überlebt hat. Ein guter Handwerksmeister, der bei uns arbeitet gelegentlich, sagt, bei mir ist wieder Zettelwirtschaft. Zettelwirtschaft. Damit meint er, man schreibt sich nur noch Zettel gegenseitig. Oh. Tagelang Zettelwirtschaft. Ich habe mir mal gefragt, wie das geht. Ja, Zettelwirtschaft. Das ist aber hart. Das wird noch nicht per SMS geregelt? Nein, die machen das richtig mit Zetteln, offensichtlich auf Papier, ja. Macht es aber auch nicht besser, wenn man sich aus der Küche ins Schlafzimmer simst und sagt, Schatz, schläfst du schon? Ja. Auch nicht gut, oder? Schwierig. Würde ich auch nicht machen. Kann ich nicht empfehlen, nein. Ihr beiden spielt gerade, oder macht gemeinsam Theater. Ja, richtig. Titel des Stückes? Der Tag der Gnade. Tag der Gnade. Tag der Gnade. Und der Handlungsstrang ist hochinteressant, worum es da geht. Einmal kurze Inhaltsangabe. Vor dem Hintergrund der 9-11-Katastrophe oder des Anschlags trifft sich ein Paar. Sie ist Unternehmerin einer, was weiß ich, man weiß nicht genau, was ist das? Aus einer großen Firma. Ja, Management. Und er ist letztendlich angestellt bei ihr. Es ist eine Affäre und letztendlich, der junge Mann müsste eigentlich im Turm gewesen sein, müsste eigentlich tot sein. Und permanent geht sein Telefon, weil er fremdgegangen ist. Oder fremd geht seit Jahren. Also die Affäre hat ihm das Leben gerettet, weil er war bei ihr. Also die Geschichte ist sozusagen, er und seine Geliebte arbeiten in diesem Turm. Nein. Die Geliebte arbeitet außerhalb des Turms. Er ist gerade bei ihr, als der Turm zusammenbricht. Genau, müsste aber im Turm sein. Und seine Frau glaubt, er müsste in diesem Turm sein und hält ihn für verschüttet. Ja, verschüttet oder nicht mehr lebendig. Das Telefon geht noch, sie ruft ihn permanent an. Und er sieht das für sich als Möglichkeit, auszusteigen, neues Leben anzufangen, weil er natürlich diese Frau eigentlich liebt. Seit drei Jahren gibt es eine Beziehung, seit drei Jahren wartet die Frau. Also meine Rolle, Abby, darauf, dass er sich jetzt entscheidet, dass er sich vielleicht trennt, dass er sich dazu bekennt. Er hat eine Frau, er hat zwei Kinder, er macht dieses, die Liaison, die schiebt das so seit drei Jahren vor sich her und dann sieht er plötzlich eine Möglichkeit. Und sie sagt, du kannst gerne diese Möglichkeit haben mit mir, aber du nimmst jetzt dieses Telefon an, dieses Telefonat und sagst seiner Frau, dass du seit drei Jahren fremdgehst und zwar mit mir. Und er sagt, das ist so verrückt, das kann ich nicht machen. Das kann ich meinen Töchtern nicht antun und so weiter. Und dieser Konflikt ist in Realzeit, eineinhalb Stunden, ein Tag später nach dieser Katastrophe, findet er eben um vier Uhr früh bis halb sechs Uhr statt. Aber es geht auch da wieder um Kommunikation, Mann und Frau, die verschiedene Art und Weise. Das ist eigentlich eine hochspannende Geschichte. Die beiden könnten ja wirklich unauffällig einfach verschwinden. Richtig. Aus diesem Leben verschwinden sozusagen. Jeder hält sie für tot. Ja, ja. Also sie nicht, sie lebt, aber sie würde es mitmachen. Aber sie sagt dann sozusagen, ich möchte das nicht, sondern ich möchte trotzdem, dass du vorher reinen Tisch machst. Richtig. Warum will sie das? Warum ist ihr das so wichtig? Weil sie eine Frau ist. Weil die Frau im Sinne eigentlich die Wahrheit auf der Erde braucht und letztendlich sagt, das kann man nicht machen. Du wirst dein Leben lang unglücklich, wenn du dich selber bescheißt. Wenn du nicht zu dir stehst und nicht bei dir bleibst, letztendlich sowas ist das. Selber schon mal in so einer Situation gewesen, wo man hätte sagen können, okay, hier kann ich jetzt einfach mal einen richtigen Neuanfang machen, komplett neu starten, alles auf Null stellen. Nein, nicht wirklich, weil ich auch ein Mensch bin, der wirklich durch diesen Beruf vielleicht so multiple sich verwandelt und froh ist, dass ich mich manchmal selber finde und mich jetzt noch von mir selber abhauen. Das wird schwierig. Also so, deswegen bin ich eben auch jemand, der eher das Leben, das ich gerade lebe, auch leben will und froh bin, dass ich weiß, dass ich Herberknaub heiße. Ja, machen ja nicht alle so, also sind ja nicht alle so zufrieden und glücklich mit sich selber. Hat das damit zu tun, dass man auch das zu schätzen weiß, was man hat, weil man auch Situationen so im Leben erlebt hat, die nicht immer einfach waren? Ich habe irgendwo eine Geschichte aus der Schule gelesen, wo es für den Genuss von ein bisschen Wasser mal links und rechts ein paar hinter die Ohren gab. Beim Schönschreiben, ja, das war eine so Demütigung. Und in der, ich bin ja noch so aufgewachsen, da war man in der Schule, da gab es auch noch die Prügelstrafe. Also bei uns wurde noch der Turnlehrer, der hat dann nach dir getreten, wenn du nicht schnell genug gelaufen bist oder mal einen Fuß gestellt oder sowas. Und dann gab es Schönschreiben, das war eigentlich diese Südderlinschrift, musstest du da noch schreiben lernen? Das hieß Schönschreiben bei uns. Und dann war ich eben noch in der Klasse, da haben sie auch eine Brille auf, das weiß ich noch, und da ging so eine Feldflasche rum. Und da war so eine Kappe dran an so einer Kette. Und die, immer wenn die sich umdrehte, die Schönschreibenlehrerin, die auch letztendlich attraktiv noch war und auch roten Lippenstift hatte und auch nicht wusste, warum sie jetzt endlich dazu verurteilt wurde, jetzt Schönschreiben, das war so eine abgehalte, der Deutschlehrerin, glaube ich. Auf jeden Fall drehte die sich um, schrieb immer und immer, wenn die sich umdrehte, tranken die einzelnen Schüler. Und dann war ich an der Reihe und habe vergessen, diese Kappe festzuhalten. Und ich trank und das machte so klack. Die drehte sich um, sah mich, wie ich die Flasche da ansetzte und trank. Da war natürlich kein Alkohol drin, das war irgendwie Wasser oder sowas. Oder ein Saft, ein Getränk. Und kam auf mich zu, sagte, aufstehen, Brille runter und so. Volle Brille vor der ganzen Klasse. Eine mega Ohrfeige und ich wusste dann gar nicht mehr, was ich machen sollte. Also das war natürlich eine der größten Demütigungen meines Lebens vor so einer Klasse. Als Vollidiot dazustehen und dann noch von einer Frau auch noch geprügelt zu werden. Wie alt warst du da? Naja, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn. Sowas. So in der Pubertät dann auch. Folgenlos. Absolut folgenlos. Nein, ich habe da auch gar nicht. Folgenlos. Da kam es gar nicht auf die Idee, also ich nicht nach Hause zu gehen und zu sagen, heute wollte mir mal eine runtergehauen oder so. Heute wäre das natürlich, würdest du das machen. Wie hat denn Vater, Mutter, wie haben die denn reagiert? Nein, gar nicht. Ich habe es denen ja gar nicht erzählt. Also es war denen auch egal. Warum nicht? Ja, weil meine Eltern irgendwo sagten immer, mein Vater sagte das immer, das war damals so ein Gang und Gebe zu sagen, also bei ihm, das fruchtete bei mir und bei, glaube ich auch bei meinen Geschwistern, du bist ein Knaub. Und dadurch überlegte man, was heißt das? Naja, so heißt du und deswegen wird dir im Leben nie was passieren, weil du ein Knaub bist. Und es gab so eine Art Grundvertrauen und das hast du dann auch nicht in Frage gestellt, alles was dir passiert. Das ist eigentlich auch ein saublöder Spruch, oder? Naja, genau, ein saublöder Spruch. Hat mir keiner gesagt, du bist ein Knaub? Naja, du bist ein Schrot. Ja. Und sowas war das halt. Bei uns hieß es eher, na dann wirst du es auch verdient haben. Ja. So was kam dann. Nein, das war gar nicht in Bezug auf die Ohrfrage. Es war ein grundsätzliches Weg, einem ein Selbstbewusstsein zu vermitteln, aber nicht jetzt in die Tiefe zu gehen und zu überlegen, wie kommst du denn zu deinem Selbstbewusstsein? Der Vater war ja so eine mächtige, starke Figur, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Ein aggressiver Mann, der aber auch seine lustigen, humorvollen Seiten hatte, so ein Entertainer, Musiker nebenher, der hatte so was Zweigleisiges, also da hatten wir Kinder auch das Temperament her und vielleicht auch das schauspielerische Talent. Aber auch Choleriker auf der anderen Seite? Choleriker auf jeden Fall, ja. Der auch mal ausgeholt hat? Ja, natürlich, klar. Ja, lockere Hand, aber es war irgendwie so ganz normal. Du hast dann, wenn du irgendwas zu langsam machtest, was ja als Kind normal ist, dann kam eben so eine Kopfnuss oder sowas. Ich meine, bist du nicht so aufgewachsen? Doch, Kopfnüsse. Kopfnüsse eben. Ich meine, das ist die Generation der Kopfnüsse. Guck mich an die hier. Kopfnüsse. Deswegen haben wir ja diese Haare da. Kopfnüsse, oder? Aber es geht ja weniger um die Kopfnuss oder um die Ohrfeige, es geht ja um den Akt der Demütigung. Ja, ja, sowas ist das. Heute würde man sagen, es geht gar nicht. Schlag ins Gesicht. Ja, Schlag ins Gesicht, das ist ja... Aber es hat ja völlig recht, das war damals absolut üblich in den Schulen, in der Grundschule auf jeden Fall. Bei uns gab es ein langes Lineal und die Lehrer haben dazu gelangt. Nicht meine Grundschullehrerin, die in den ersten zwei Klassen, die war reizend, die hieß auch noch Fräulein von Reizenstein, habe ich nie vergessen. Die erste Liebe meines Lebens, die fand ich ganz her. In der zweiten Klasse? Erste und zweite Klasse. Fräulein von Reizensteinstein. War es aber früh dran. Zu früh, nicht? Ja, aber die fand ich ganz... Alle fanden die toll. Ich glaube, alle Schüler waren in die verliebt. Die war toll. Und dann kriegst du einfach so jemanden dann... Die hat auch niemand gehauen, aber dann ging es anders. In der dritten Klasse ging es anders ab. Das war... Ja, ja. Wir waren ja seinerzeit alle in eine gewisse Desirée Nozbusch verliebt. Darf man das mal so sagen an der Stelle? Das war so. Ja, doch. Man war das auf jeden Fall, das stimmt. Ich übrigens auch noch. Also ich bin ja ein bisschen jünger als ihr. Guck mal, ich auch noch. Jochen, wie alt warst du denn? Also, ich glaube, ich war so zwischen sechs und zehn, als du extrem oft im Fernsehen zu sehen warst. Ja. Und ich ahnte von nichts, sie haben nichts mitgekriegt. Du hast die alle bekommen. Oder hättest die alle. Hättest die alle haben können, definitiv. Oh. So, und es gibt ein ganz, ganz frühes Interview, sozusagen frühes Lebenswerk von Desirée Nozbusch. Wie alt warst du da? 15, 16? Ich war 15. 15. 15, ja. So, und die Idee war, du fährst nach Amerika, ich glaube, San Francisco war es? Also die Idee war, das war mein erster Versuch, so beweisen zu wollen, dass ich nicht nur Musiknummern ansagen kann im Fernsehen, sondern ich hatte dann den Ehrgeiz, ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Mit 15, ne? Mit 15. Ist auch wirklich gelungen. Und habe dann mein erstes erspartes Geld genommen und dachte mir, ich möchte jetzt eine Dokumentation über Klaus Kinski machen. Wahnsinn, ich meine, mit 15 machen andere Leute Schülerzeitungen. Desirée Nozbusch sagt, ich interviewe mal Klaus Kinski. Und ich hatte den Kontakt, habe das hinbekommen und habe damals einen Kameramann und einen Tonmann engagiert, die zwei einzigen, die mir bis dato begegnet waren, die habe ich dann gefragt. Die gingen auch mit. Uns hast du ja verschmäht. Und ja, und dann hieß es, der war in San Francisco, lebte damals dort halt auf dem Hügel und sagte irgendwie, ja, da musst du halt herkommen. Und dann sind wir losgeflogen und ja, da war ich in San Francisco, das ist die Vorgeschichte jetzt. So, und bevor es zu diesem Interview kam, gab es erstmal ein Vorgespräch. Genau. Darüber reden wir gleich. Wir schauen jetzt einmal rein in dieses Interview und haben auch ein bisschen das im Kopf, was wir in den vergangenen Wochen aus dem Buch von Polakinski gelesen haben. Hier sind Ausschlüsse aus diesem Gespräch. Bitte schön. So. Das muss man wissen. Also zwei Fragen dazu. Also zunächst mal war es so, dass vorausging dieser letzten Szene, vorausging die schlichte Frage, was ist für dich, für sie, ich hab das jetzt nicht mehr im Kopf, aber was ist für dich Freiheit? Freiheit, glaube ich, glaube ich. Doch, das war die Frage, wir haben uns das angesehen. Und dann flippt der völlig aus, als du die Nachfrage stellst nach dem Klempner und sagst, es könnte ja sein, dass du mal von jemand anderem abhängig bist und zum Beispiel mal einen Klempner baust. Und dann geht der völlig steil. Ja, ich meine, dem voraus, also es gab das berühmte Vorgespräch, also ich rief an, da wo ich angekommen war in dem Hotel und rief an, ob wir uns denn sehen könnten. Abgemacht waren drei Drehtage. Also er war bereit, drei Tage mit mir und meinem Team zu drehen und meinte aber, es müssen ein Vorgespräch geben. Okay, und da sage ich, wo soll ich denn dann hinkommen? Hatte gehofft, er würde mir irgendwas nennen, ein Restaurant oder irgendwas in der Stadt. Meinte, nee, also ich soll mit einem Taxi an meine besagte Telefonzelle fahren und von da dann nochmal anrufen. Und dieses Taxi fuhr eine Stunde raus aus der Stadt und ich war irgendwie mitten im Niemandsland und da gab es effektiv eine rote Telefonzelle. Von da rief ich dann an und dann meinte er, er kommt und holt mich. Und dann kam er da angebraust mit seinem Auto und so, wie wir ihn da jetzt gesehen haben und ich stieg ein und dachte, okay, lieber Gott, seid bei mir. Allein? Ja, ja, klar, war ja keiner da. Und dann sind wir halt hoch zu ihm nach Hause und das war so irgendwie ein Berg hoch und ein Tor auf und ein Tor zu, ein Tor auf und ein Tor zu. Und da oben hauste er in einer, ja, in so einer Hütte. Zwar eine schöne Hütte, aber eine Hütte, wo er seinen Salat selbst anpflanzte, wo er irgendwie rumsass und sämtliche Labels und Etiketten aus Pullis rausriss. Alles, was Marke war, alles, was ein Labeling war, musste weg. Und da sollte dieses Gespräch stattfinden und dann kam er mir halt so, wollte halt immer so neben mir sitzen, so, Herbert und ich, wir kennen uns gut. Und ich dachte immer, naja, man kann sich ja auch gegenüber sitzen, wenn man spricht. Also so, wie alt war er damals? Oh Gott, wenn du mich jetzt so fragst, wüsste ich. So an die 60, würde ich schätzen, sowas, oder? Könnte ich es jetzt gar nicht mehr, wüsste ich es jetzt gar nicht mehr. Jünger muss es gewesen sein. Jünger muss es gewesen sein, also wenn ich, ja. Ja, so, klar. Anfang 50, sowas. Tut mir leid, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, hab ich verdrängt. Und, naja, irgendwie, also er hat dann schon dieses Machtdingen versucht auszuüben, dass ich jetzt da abhängig war. Hat er dich wirklich bedrängt? Also er hat mich schon, also ja, er hat mich schon bedrängt. Nur ich war irgendwie, ich glaube, Gott sei Dank war ich stark genug oder bestimmt genug, einfach zu sagen, hier ist meine Grenze und weißt du was und darüber hinaus, dann kannst du auch, du musst auch mit mir nicht drehen und ich war auch mit meinem Team und meinem Geld, was ich dann nicht mehr habe nach Hause. Mit 15, ne? Und dann hat er mich eingesperrt, ja, dann hat er mich in der Hütte eingesperrt und haut da ab, meinte, er müsste was besorgen und hat aber so einen großen Schäferhund vor der Tür und ich dachte, verdammt, was mach ich denn jetzt? Damals gab es auch kein Handy, so nicht. Dann bin ich hinten im Balkon runter. Ich hatte irgendwann mal beschlossen, dass ich das nie erzählen würde, aber ich glaube, im Zuge dessen, was man jetzt so gelesen hat, weiß ich auch nicht, jetzt erzähle ich es halt immer. Naja, es ist deswegen interessant, weil tatsächlich vieles von dem, was man jetzt so sieht und wo man früher immer gesagt hat, naja, das ist einfach ein genialer, ein halbwahnsinniger und eben halbgenialer Schauspieler und Künstler, erscheint natürlich jetzt in einem völlig anderen Licht. Und als wir dieses Material hier gefunden haben, war eben auch die Frage, wie kam es zu diesem Interview und jetzt kommt diese Geschichte dabei heraus. Ja gut, dann bin ich dann irgendwie hinten über den Balkon runter, hab mich noch richtig verletzt und bin dann diesen im Dunkeln, da war es dann schon abends spät, bin dann im Dunkeln irgendwie diesen Hügel runter und bei jedem Lichtstrahl, den ich sah, dachte ich immer, vielleicht kommt er zurück, hab mich halt geduckt. Hab es zu dieser Telefonzelle wieder geschafft, Stunden später und kriegte dann auch ein Taxi vor, zurück in mein Hotel. Wie lange hast du da oben gewartet in diesem Haus? Ich würde jetzt mal sagen zwei Stunden, bis ich mich dann getraut habe zu sagen, okay, dann soll mich jetzt der Hund auffressen, dann ist es halt so. Da hat man doch panische Angst mit 15 Jahren. Ja, ich glaube, da gibt es... Alleine weit weg von zu Hause? Ja, es wäre jetzt gelogen. Vorher hat er dich bedrängt, da außen wartet der Hund. Was heißt denn bedrängt überhaupt? Na, einfach irgendwie, na, und hast du Angst vor mir? Und na, halt so irgendwie unangenehm einfach. Und ich habe es dann zurückgeschafft zu meinem Team, habe gesagt, Leute, es gibt keinen Dreh, also tut mir leid, wir machen uns jetzt noch zwei schöne Tage in San Francisco und fahren wieder nach Hause. Und dann kam ein Anruf in dem Hotel und er meinte, hast du wohl Angst gekriegt, was? Du bist doch nicht so mutig, wie du dachtest. Und ich dachte, du, sag mir jetzt nur, willst du drehen, willst du nicht drehen und wir können das Ganze vergessen. Und er meinte, morgen da und da, vier Stunden hast du mit mir und keine Minute länger. Und alles, was wir jetzt gesehen haben, die Ausschnitte, das war alles, in halt vier Stunden habe ich halt alles, was ich kriegen konnte, mit ihm gedreht, wo er mich dann andauernd nur beschimpft hat, wie dumm ich bin. Und ist abgebraust, ist sogar noch mit dem Mikro, mit dem Anstecker abgebraust, in sein Auto rein, weg war er, das musste ich dann auch noch zahlen, das Mikro. Und dann bin ich, dann dachte ich mir, aber ich hatte so ein authentisches Material, fand ich. Also ich dachte, er hat sich dazu entschieden, sich so darzustellen. Und das hat man mir dann vier Jahre lang nicht abgekauft. Also ich blieb auf dem Material sitzen, keiner wollte das senden. Und also in der Zwischenzeit mit 19 hatte ich dann den Grand Prix gemacht und dann hatte ich dann einen netten Anzug an und war ein bisschen anerkannt. Und dann hat man mir das dann so nebenbei noch so, durfte es dann mal gesendet werden. Aber vier Jahre lang lag es rum. Eine Frage noch dazu. Also die erste Szene, die wir gesehen haben, da liegt ja auf deinem Schoß. Ja, ja klar. Wie kam es denn dazu? Na, da hat er sich einfach hingelegt. Da saß man in der Wiese. Und ich war natürlich an dem Punkt, irgendwann war ich dann schon so, ich dachte, okay, wenn er denn jetzt da liegen will, Hauptsache er redet jetzt und antwortet, dann lass ihn halt da liegen. Ich dachte immer, er stellt sich ja dar. Also ich möchte jetzt nicht hier sitzen und sagen, er hat mir was angetan. Das wäre gelohnt. Nee, das meine ich gar nicht. Darum geht es gar nicht. Aber da ist doch eine, definitiv eine Grenze überschritten. Natürlich. Und da geht es um Macht, da ist dieser berühmte, sagen wir mal, dieser unsichtbare Kreis, der jeden Menschen umgibt, auch überschritten. Also wenn man Menschen einfach wirklich zu nahe kommt und das dann irgendwann so unangenehm wird und dann liegt er da plötzlich bei Also ich sage jetzt mal, wenn meine Tochter, die ja jetzt so alt ist, wie ich damals war, wenn ich da dabei wäre, würde ich sagen, Entschuldigung, was machen Sie mit ihrem Kopf im Schoß meiner Tochter? Natürlich, auf jeden Fall. Als du jetzt von den Vorwürfen seiner Tochter von Polakinski erfahren hast. Ich habe es erfahren, weil ich im Flugzeug saß auf dem Weg nach Europa und habe es gelesen und habe gedacht, ja klar, ich war leider nicht überrascht. Also ich habe, wie gesagt, ich kann, aber ich habe gedacht, ja klar, das passt. Da hat sich genommen, glaube ich, was er wollte. Aber ich fand, da war jetzt trotzdem so eine gewisse Vertrautheit zwischen euch. Also du hattest ja dann auch so den Arm um ihn und also hast du dich überhaupt... Das war vielleicht doch Journalismus. Klar, aber hattest du überhaupt keine Angst mehr, weil dann eben dein Team dabei war? Also Angst hatte ich jetzt da natürlich nicht mehr, weil da war, da war ja, wie gesagt, war ich ja dann nicht mehr alleine. Er hat dann noch meine Schuhe irgendwie ins Meer geschmissen. Ich muss dann so einen steinigen Weg noch barfuß zurück irgendwie runter. Also er hat da nichts ausgelassen. Ja, da geht es um ein Spiel mit Macht. Aber das war ein Spiel mit Macht. Er wusste, ich war irgendwie abhängig. Ich hatte da mein Geld irgendwie halt drauf gesetzt. Ja, klar. Das war so ein bisschen Verlegenheit auch, wenn da dann irgend so jemand, da musst ja dann irgendwie umgehen, wenn da jemand bei dir so liegt, dann machst du halt auch Mette, es ist ja, willst du ja nicht prüde würden. Also es war schon so... Ja, es war sehr mutig. Als 15-Jähriger, klar. Ja, oder naiv, ich weiß es nicht. Naiv auch. Also mutig, weiß ich nicht. Ich behaupte mal, wenn du nicht 15 Jahre gewesen wärst, dann wärst du schon am ersten Abend zunächst mal zur Polizei gegangen? Ja. Wegen Freiheitsberaubung, wegen sexueller Belästigung, wegen allem, was da so dranhängt. Ja gut, aber Gott sei Dank wissen wir ja auch heute alle viel, 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 viel mehr. Und deswegen ist ja auch gut, dass Sachen rauskommen, weil es ja teilweise Geschichten gibt, die man sich ja in seinen künsten Träumen nicht zusammenreimen könnte. Haben du gesagt Glück gehabt? Und ich hab Glück gehabt. Ich hab wirklich Glück gehabt. Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich Glück hatte. Wie blickst du heute auf diesen Menschen? Letzte Frage zu diesem Komplex. Eigentlich eine ganz traurige Figur. Also ich hab ihn als traurigen Menschen erlebt, als jemand, der seine einzige Art irgendwie so war, indem er so dieses Aufbau, der schmiss auch mit Sachen um sich. Das erste Mal, wo ich ihn traf, saßen wir, so lernte ich ihn kennen, saßen wir im Restaurant eines Frankfurter, eines vornehmen Hotels und hatten gar nichts miteinander zu tun. Ich hier, wegen ganz was anderem. Und da spielte so ein Kammerorchester. Und er machte gerade ein Interview und nahm sein Roastbeef und schmiss das den Musikern einfach so an den Kopf, so. Hör doch mal auf mit dem Gedudel, so. Also und wenn das deine Form ist, irgendwie auf dich aufmerksam zu machen, der Form der Kommunikation, ist eine traurige Figur eigentlich. Wirklich. Und gleichzeitig, Herbert, der geniale Schauspieler, für den man ihn immer hält? Schon. Der hat schon geniale Phasen gehabt, aber natürlich auch begrenzt in seiner, würde ich mal sagen, cholerischen, hysterischen Dimension, weil er hat ja immer seine Rollen damit angefüllt. Klar, der Werner Herzog, das war so eine Art Ehe, die die da fast geführt haben, fast viele Filme zusammen gemacht haben. Und der musste mit dem umgehen, wollte mit dem umgehen und hatte natürlich auch veredelt in irgendeiner Form, weil er da genau, egal was passierte, das alles ausleben konnte, vorlaufender Kamera. Ich meine, man muss das auch trennen. Es gab auch in Amerika jetzt wieder vor ein paar Jahren diese große Diskussion über Polanski, wo man, ja, aber wir haben ihm große Filme zu werden. Natürlich, das bestreite ich auch nicht. Er hat großartige Filme gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass das andere, was er gemacht hat, okay ist. Also ich meine, das muss man einfach sagen. Absolut, ja. Und man neigte, mag man ja nicht mehr, Gott sei Dank, aber man neigte doch tendenziell dazu, gerade so großen Künstlern dann solche Dinge auch mal so durchgehen zu lassen, so nach dem Motto, naja gut, der ist halt exzentrisch und das sind dann epische. Sie sind ja der Top of the Pops in England, also gibt es auch einen Riesenskandal. Ach jetzt, der ist der Moderator, ja. Der ist der Moderator, ja genau, der auch wirklich so viel Mädchen, also. Ja, und da ist deswegen Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung bei den eigenen Kindern und Sechtern und Söhnen. Ich finde diese Geschichte deswegen so interessant, weil ja auch in dieser aktuellen Sexismusdebatte häufig die Frage kam, naja, also das ist ja nicht wirklich anzüglich und da geht es ja jetzt nicht um Sinnlichkeit und so weiter, es ist einfach nur ein bisschen Spaß und ein bisschen Gepänkel. Und irgendwann sagte dann jemand auch hier in der Sendung einen Satz, nein, es geht da nicht um Sinnlichkeit, es geht auch nicht um Erotik, es geht um Macht. Ja, natürlich. Es ist einfach Machtausübung und das ist dann irgendwann Sexismus und das ist eigentlich das, worüber wir auch dringend zu reden haben und völlig losgelöst jetzt von der Debatte um Rainer Brüderle. Als wir uns vorhin gesehen haben, Desiree, ich fange es mal so an, da haben wir uns kurz zurückgezogen und ich sagte zu Desiree, ich habe die nicht eingeschlossen, kannst du das nochmal sagen? Und ich sagte zu ihr, wie reden wir gleich darüber? Weil natürlich, wenn Desiree Nospusch heute hier ist, müssen wir ganz kurz über die Bilder reden, die wir gerade aktuell in Zeitungen sehen. Also zunächst mal einfach nur die schlichte Frage, du bist verliebt. Da gibt es ja so einen Satz, der öffentlich rausging, der lautete, ich dementiere nicht, aber ich kommentiere auch nicht. Ich dachte, ich zitiere den jetzt einfach mal mit Fußnote. Okay, okay. Das ist ja, nehmen wir jetzt einfach als Ja. Das war das diplomatischste, schönste Ja, das wir seit langer Zeit gehört haben. Und die Frage ist aber, was macht das eigentlich so sensibel? Also die Verbindung zu jemandem, der sehr mächtig ist in der Wirtschaft und der ja in Wahrheit auch eine mindestens teilöffentliche Person ist, weil er jeden Tag im Handelsplatz steht, weil er der Vorstand eines DAX-Konzerns ist. Wir reden von Dieter Zetsche, dem Mercedes-Chef und dem Daimler-Chef. Also was macht das so schwierig, dann eine solche Verbindung sozusagen öffentlich zu machen? Ich kann da, ich weiß es nicht, weil ich frage mich das auch, was daran jetzt so schwierig ist. Aber ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Welten und hier geht man einfach, glaube ich, Sie sind doch Wirtschaftsanalytiker, oder? Da geht man doch irgendwie von Seriosität, Experten. Hat das Spielfeld, das ist nicht mein. Mit Liebe haben Sie nichts zu tun, Herr Busch. Gut. Irgendwie aus. Und hier, unser Beruf wird halt sehr oft gesehen, so, was weiß ich, lustig, roter Teppich und vielleicht nicht immer ganz so seriös. Und vielleicht die Kombination, dass man dann unterstellt, dass das eine damit reingezogen wird, ich weiß es nicht. Man hätte es ja machen können wie Müntefering damals in diesem legendären Satz, als er seine junge Frau eingeführt hat und gesagt hat, sie ist hier, wir mögen uns, es gibt sie. So, Roms, das waren so diese drei, sinngemäß. So ein typischer Müntefering, so hätte man es auch machen können. Was erlebt ihr da gerade, also was Paparazzi angeht, was... Betten das, Markus, dass ich dir das auch nicht erzähle. Ist das, aber ist es so schlimm? Also ich kann nur sagen, ich könnte gut drauf verzichten. Ich fühle mich da immer, es ist ja, ob man jetzt diese Situation nimmt oder andere Situationen, die man in seinem Leben erlebt hat, mir tut es weh, wenn mein Privatleben nach außen gezogen wird. Natürlich gebe ich, klar, Logo, man ist in der Öffentlichkeit ein gewisser Teil, das kann man nicht trennen, aber irgendwann ist einfach ein Privatleben heiß Privatleben, weil es ein Privatleben ist. Und ich finde, man muss einfach da auch mal ein Recht dazu haben dürfen, selbst erstmal herauszufinden, was los ist, bevor es alle anderen irgendwie mit Ausrufezeichen schreiben. Genau, aber das ist ja in Wahrheit nicht möglich, weil du dann irgendwann ein Restaurant betrittst und sofort steht da draußen, steht eine Traube von Fotografen und wartet, bis du wieder rauskommst. Aber ich finde, man kann es jetzt auch, man muss es ja auch nicht unterstützen, indem man jetzt hier sitzt und darüber redet. Das ist richtig. Ich wollte es einfach nur kurz bestätigt haben und ehrlich gesagt, du erinnerst dich, als wir uns letztes Mal gesehen haben, haben wir über die Diabeteserkrankung deines Sohnes beispielsweise gesprochen und da haben wir eine ganz andere, die Sie in Osbusch erlebt, die aber, glaube ich, eine große Resonanz erfahren hat. Ah, wollte mich bedanken, weil ich habe so viele wirklich E-Mails und Nachrichten und Tipps und von so vielen lieben Menschen bekommen hier in Deutschland. Das hat mich sehr gerührt, wirklich. Und ich saß viele Stunden da gemeinsam mit meinem Sohn, mit den ganzen ausgedruckten E-Mails und wir haben uns das alles durchgelesen. Ich habe mich noch nicht bei jedem bedankt dafür persönlich, aber war wirklich... Wir reden über deinen Sohn, der an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, kann im Grunde jeden treffen, von einer Sekunde auf die andere. Ja, leider schreckende Zahlen gibt es, ja. Wichtiges Thema, aber immer noch ein Tabuthema, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben und offenbar ein sehr cooler Junge, der, das ist mir hängen geblieben beim Arzt, dann sagte, Mama, wenn du immer gleich heulst, kommst du nächstes Mal nicht mehr mit. Ja, du bist mit einer jetzt. Aber es geht ihm gut, ja? Ja, danke schön, ja, ja. Er hat ganz gut gelernt, damit zu leben. Schöne Grüße und weiterhin alles Gute. Ich stelle auf jeden Fall fast, da strahlt jemand heute so von innen heraus und wir freuen uns mit dir, Desiree. Also, was haben denn die Eltern von Jochen Schropp gesagt, als ihnen der Sohn eröffnete, Mama, Papa, ich werde jetzt was total Seriöses, ich werde Schauspieler? Och, die haben mich eigentlich immer sehr unterstützt. Also ich komme ja aus einer Familie, mein Vater war Lehrer, meine Mutter Arzthelferin und ich habe mich da aber relativ früh für stark gemacht. Also es war jetzt nicht immer die Schauspielerei, ich habe mich halt gerne irgendwie dargestellt bei irgendwelchen Familienfesten, dafür würde ich mich jetzt wahrscheinlich auch schämen, aber ich bin zum Beispiel auch mit 15 dann, jetzt nicht nach San Francisco gereist, aber nach Mainz zum ZDF und habe dann Praktikum in der Logo-Redaktion gemacht. Das war das Schülerpraktikum und da bin ich jeden Morgen zwei Stunden hingefahren, weil mich das interessiert hat. Habe dann ein Highschool-Jahr gemacht in Kalifornien, durfte mich da ausprobieren, weil da natürlich die Möglichkeiten ganz anders waren und bin dann in die Schauspielerei gerutscht. So, und gab es dann, Jochen, irgendwann Momente in dieser Karriere, in der die Eltern sagten, Junge, muss auch das jetzt noch sein? Das sagt meine Mutter immer wieder. Ja, also jedes Mal, wenn ich ihr ein neues Konzept vorstelle und sage, guck mal Mama, ich mache jetzt die Sendung, dann sagt sie, wie, was, noch eine Castingshow oder eben, mein Gott, ein Pilchen muss das sein? Jochen, so weit sind wir noch nicht, wir sind noch bei der Schauspielerei und in den Anfängen deiner Schauspielerei. Mir fällt da eine Szene ein, Berlin, eine Kreuzung, Kreuzberg, Pizza-Auto. Die hast du aber jetzt nicht da, ne? Bitte nicht. Wir könnten jetzt darüber hinweggehen, aber lass es uns angucken, es ist leider sehr lustig. Also lass uns es uns mal anschauen. Dann muss ich es nicht erzählen. Ja, genau. Wie heißt der Film? Der Film hieß letztendlich Pop dich schlank. Hatte natürlich einen anderen Arbeitstitel, wie das immer so schön ist. Man wird, man kriegt was anderes vorgemuckelt und auf einmal heißt er Pop dich schlank. Aber es ist ein schöner Film, wir gucken mal rein, oder? Ja. Ja, wirklich schön. Paula, ich weiß, dass du da oben bist, komm mal zum Fenster. Paula, lass mich dir wenigstens ins Gesicht sagen, dass ich dich liebe. Also gut, wenn ich dir nichts sagen darf, dann zeige ich es dir. Pass auf. Okay. Die ganze Welt soll wissen, wie sehr ich dich liebe. Paula, schau mich an. Warum kommst du nicht wenigstens zum Fenster? Ja, weil ich hier unten bin. Ja. Nicht schlecht. Ja, würde ich heute nicht... Das war das dann erfolgreich, der Striptease. Frau Kipping, was wollen Sie genau wissen? Ob der im Film erfolgreich war, weil mich interessiert das immer, wie Filme ausgehen. Ach so, ja, die Handlung interessiert Sie? Ich habe die vorbekommen, die für mich bestimmt war. Aber ich würde es heutzutage... Funktioniert das auch im Privatleben, jenseits? Kommt die schlank? Ja, schauen Sie mich an. Oh Mann! Ich muss auch gleich nach Hause. Nein, aber... Tatsächlich, ich würde das heute nicht mehr machen, Markus. Nee, aber erzähl ruhig weiter. Frau Kipping hat da noch eine Frage, glaube ich. Frau Kipping, was... Ich wollte ihm nicht die Arbeit ablesen. Nein, nein, was wollten Sie denn gerne noch wissen? Ob er sich irgendwann umgedreht hat, wollte ich wissen. Musstest du dich auch umdrehen dann irgendwann? Naja, also es war ja eine Kreuzung, wie man gesehen hat. Und ich war nackt. Also da gab es ja nichts zum Umdrehen. Irgendwo ist doch kein Double. Das warst du? Ja. Und ich würde es heutzutage nicht mehr machen, weil der Film wurde 2005 gedreht. 2000? 2005 gedreht, genau. Oder 2004 sogar. Also da gab es noch keine Fotohandys. Und auch die Digitalkameras waren jetzt nicht so weit vorne. Ja. Insofern heutzutage an der Kreuzung in Berlin. Und ich habe damals zu meinem Regisseur auch gesagt, dann bin ich ja so ganz nackt. Können wir da nicht irgendwas faken? Und dann hat er gemeint, naja, weißt du noch, Red Hot Chili Peppers, zieh dir doch einen Socken über den Tenis. Über das Knie. Genau. Und dann habe ich gesagt, naja, aber dann macht man ja noch viel mehr Wind um nichts. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Nein, 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 nein. Also es war eine Herausforderung. Ich habe ein Strauß Blumen danach bekommen und ich freue mich, dass es heute diesen Film geht. Aber ich habe mir dafür zunehmen müssen. Ich habe ja zwölf Kilo zugenommen damals. Ja, das hat man direkt gesehen, ja. Naja, ich habe dann während den Dreharbeiten, weil das wirklich schrecklich war, so viel zu essen, dann auch wieder versucht, so ein bisschen abzunehmen. Aber trotz allem habe ich mich so, wie ich da war, nicht wirklich wohl gefühlt. Also deshalb war es eine doppelte Überwindung. Deswegen stimmte dann auch der Titel des Films nachher. Genau, so ist es. Das ist schwierig, oder? Sich da hinzustellen auf so einer Kreuzung und sich da mal ganz kurz freizumachen. Ist ja schon beim Arzt nicht einfach. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe davon profitiert, dass damals so gut wie niemand wusste, wer ich bin. Und insofern war das vielleicht auch nicht ganz so spannend. Aber überhaupt nicht. Das Schöne ist ja auch, dass diese Bilder dann für immer im Archiv verschwinden irgendwann. Das holt ja nie wieder einer raus. Ja, wir lieben den Film immer. Das holt ja keiner mehr raus. 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 Ja, wenn jeder verkatert aufwacht und den sich dann anguckt. Stand denn diese Szene im Drehbuch? Haben Sie das vorher gewusst? Der hat er sich selber reingeschrieben. Hat er? Also es stand im Drehbuch und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich damals angesprochen hätte, wie ist das denn? Aber man denkt natürlich, naja, ganz nackt muss man da bestimmt nicht sein. Aber meistens ist es ja immer umgedreht. Ja, es liest sich immer schlimmer und dann ist es nicht so schlimm da. Ja, es gibt zu. Es stand im Drehbuch, er zieht seine Jacke aus und das war's. Genau. Und zeigt seinen Bauch. Aber viel schlimmer war für mich zum Beispiel damals, als ich dann so zugenommen hatte, habe ich einen Schauspielkollegen auf der Straße getroffen und abends rief mich eine Kollegin an und sagte, du, ich habe heute Patrick getroffen, der hat mich ganz aufgeregt angerufen, der hat gesagt, du bist total aufgedunsen und die Haare sind so wild und ich glaube, dir geht's nicht gut, hat er gesagt. Und ich hatte halt einfach nur zunehmen müssen für diesen Film und sah halt nicht so aus wie sonst. Ja. Ist ja gar nicht weiter schlimm und ich finde, wenn es einer tragen kann, dann du definitiv und ich bin neulich zusammengezuckt und fast vom Sofa gefallen, weil ich einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen habe. Hätte ich mir auch sofort vorstellen können, dass du das Zielpublikum bist. Ja, total. Ich gucke sowas wirklich gerne. Ich nehme mir die auf. Nein, Quatsch. Aber ab und zu mal gucke ich da so rein und sah dich dann. Ja. Im Rosamunde-Pilcher-Film. Ja. Ja. Zahlen die gut oder? Naja, also ich glaube, ich weiß nicht, du hattest sicherlich schon Schauspieler hier sitzen und dann ging es über die Gagendebatte, die wir immer wieder haben und was wir verdienen und ich muss sagen, wenn man für das ZDF einen Sonntagabend-Film drehen darf, dann ist man sehr glücklich, weil das ZDF ist auch sehr treu und die besetzen einen dann auch immer mal wieder. Also für mich war das damals mit Ende 20, ich war zu alt für die Schüler und eigentlich zu jung, um jetzt irgendwie einen Anwalt oder sowas zu spielen. Aber bei Rosamunde-Pilcher kann man eben dann auch Ende 20 sein und irgendwie erfolgreich und da hat das irgendwie funktioniert und da habe ich mich sehr drüber gefreut, ja. Ja, du hast das sehr überzeugend gespielt, Frau Fittling. Man sagt, es braucht ja Sonntagabends auch eine Alternative zum Tatort. Man braucht eine Alternative zum Tatort, ja. Also ich meine, ich habe immer gerne Tatort geschaut, aber in letzter Zeit geht es ja fast nur noch um Kinder, denen was zustößt. Und ich weiß nicht, seitdem ich Mutter bin, kann ich das nicht mehr sehen. Insofern, es braucht tatsächlich Sonntagabends noch irgendwelche anderen Filme. Absolut. Aber sonst schauen Sie eher Tatort und stellen Sie sich vor, der Bösewicht ist der politische Gegner oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, leider geht es das ja selten um Wirtschaftskriminalität. Aber bei Rosamunde-Pilcher ist doch selten jemand arbeitslos, ja. Also da ist die Grundsicherung eigentlich immer gegeben. In der Tat, ne. Und es ist auch die Sonnensicherung immer gegeben. Ja, und die Häuser sind immer so groß, also die haben auch kein Problem mit explodierenden Wieten, ne. Ja, es ist ja in England so, dass es eigentlich von morgens bis abends ja mehr oder weniger regnet. Aber mit einer Ausnahme bei Rosamunde-Pilcher nie. Warum scheint da immer die Sonne noch? Naja, also es gibt natürlich auch Ausschnitte, wo ich auf einer Klippe stehe und sehe aus wie Ingo Appel, weil von beiden Seiten der Wind weht und ich habe da irgendwie diese Frisur, also es ist sehr unangenehm. Also das kennt, glaube ich, jeder Schauspieler. Es sieht immer so schön aus und dann hat man aber Wärmewäsche an. Und wenn man morgens natürlich ans Set kommt, ist die Wiese noch grün, wenn man aus der Maske kommt, sind halt überall, ich möchte jetzt niemanden verschrecken, aber Plastikblumen dann halt irgendwie hat... Nein. Ja, schon, aber man sieht es halt nicht. Mittlerweile weiß ich nicht, wie es ist mit HD, da sieht man es vielleicht eher. Aber da wird natürlich auch ein bisschen nachgeholfen, damit es so schön aussieht, wie wir uns das dann alle wünschen, wenn wir den Film sehen. Also diese ganzen schönen Rosen gibt es gar nicht in Wahrheit? Die gibt es auch, aber der wird halt auch immer mal... Ich bin raus, ich bin raus. Nein, ich bin jetzt raus. Film ist Luke und Trunk. Absolut. Fernsehen ist Luke und Trunk. Absolut, ja. Ja. Grundsätzlich. Ist es eigentlich wahr, dass du beim perfekten Promi-Dinner als Moderator entdeckt worden bist? Ja, kann man so sehen. Ja? Also ich war ja immer jemand, ich habe ja in England damals studiert und damals war das für uns Schauspieler so, man hat alles angenommen, was irgendwie ging. Ich glaube, das ist auch ein sehr amerikanischer Gedanke. Total. Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler, heißt es immer in der Schule. Genau. Also man nimmt, man arbeitet. Und wenn wir dann eben auch, natürlich hatte ich Zeiten, wo es eher schleppend lief und ich habe mich aber immer total auf solche Sachen gefreut. Also ich habe es immer als Chance gesehen und gerade wenn man natürlich Rosamunde Pilcher spielt und schön im Kortsacko sagt, Mary, bitte heirate mich, dann denkt man, wenn man dann die Anfrage vom Promi-Dinner bekommt, da kann ich mich mal so zeigen, wie ich bin. Manchen Leuten hilft es, anderen eher nicht. Und ich habe da die Sau rausgelassen und Vox hat gesagt, den finden wir ganz interessant. Habt ihr euch getrunken da eigentlich? Äh, ja. Also nein, man nimmt sich das natürlich vor, man will es nicht. Ich hatte eine Kollegin zu Gast, der hat mein Champagner nicht geschmeckt, also haben wir Krapper getrunken und am nächsten Tag, sehr gut. Am nächsten Tag wurden wir ermahnt, wenn wir nochmal so ausflippen, dann werden die Dreharbeiten abgebrochen. Ich konnte mich ja nichts erinnern. Ich habe mal eine Frage, was machen Sie zwischen den Dreharbeiten, wenn das eine Projekt fertig ist und das andere noch nicht da ist? Melden Sie sich dann arbeitslos? Ja, ich habe mich immer arbeitslos gemeldet, also als ich eben noch hauptsächlich auf Lohnsteuerkarte gearbeitet habe. Jetzt als Moderator ist man selbstständig. Da gibt es leider eine Grauzone, es ist sehr schwierig, aber es ist ja sowieso schwierig, so viele Tage als Schauspieler überhaupt angerechnet zu bekommen, damit man in die Rahmenfrist rankommt. Genau, damit man in die Rahmenfrist rankommt. Eine der großen Ungerechtigkeiten in diesem Berufsfeld übrigens, dass man das Geld auch nicht wiederbekommt, das wäre auch mal interessant für die Politiker, die sich darum mal zu kümmern. Wir haben dazu in dem Ausschuss, als ich noch Vorsitzende war im Sozialausschuss, haben wir genau dazu eine Anhörung gemacht, da waren noch Kolleginnen von Ihnen da und das ist in der Tat ein richtiges Problem. In dem Punkt können wir zusammenarbeiten. Aber wir haben ja den BFFS, Herbert, du bist einer der Initiatoren, glaube ich, und der setzt sich ja dafür ein, dass die Schauspieler auch gerechter sind. Und ich frage mich jetzt, wie komme ich jetzt auf das nächste Thema, weil das ist sehr, sehr schwer. Kleines Ratespiel würde ich gerne mit euch hier in der Runde machen. Erstes Foto, bitte schön. Was sehen wir auf diesem Bild? Ein Roboterhund? Jochen, bitte nix, ne? Ich sage, ein Roboterhund. Ich würde sagen, ja. Ein Roboterhund, Frau Kepi? Hörgerät? Nein, ich weiß nicht. Roboterhund. Ist ein teilsozialistischer Hund? Oder ein Gegenstand aus Chaser Grey? Ein Massagegerät. Massagegerät, sagt Desiree? Ja. Herbert? Das sieht aber erstmal wie so ein kleiner Pudel aus. Also ich würde auch sagen, Roboterhund weiß ich jetzt nicht. Okay. So was. Du musst ja auch, ja. Ich habe jetzt keine bessere Idee, aber Massage ist, glaube ich, ganz gut. Jochen Schropp möchte lösen. Also erstmal finde ich das eine absolute Frechheit, dass du mich erst strippend auf einem Auto zeigst und jetzt auch noch ein Hunde, ein Sexspielzeug für Hunde aus meiner Sendung, die ich gerade mache. Wie werde ich denn hier dargestellt? Guck mal, guck mal. Oh Mann. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, ich bin für dieses Bildmaterial nicht verantwortlich. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir haben dich auch nicht erkannt, aber es ist deine Sendung. Aber das Massagegerät nahe dran. Ja, Massagegerät war sehr nahe dran. Aber das hat einen ganz ernsthaften Hintergrund. Hoffentlich. Es ist streng wissenschaftlich jetzt. Ähm, also der... Okay, dann nicht. Wie heißt die Sendung? Wie heißt die Sendung? Du machst die Abreaktion von einem Hund, der natürlich nicht an den Knien sich mehr abnimmt, sondern vielleicht ein Gerät hat, weil es vielleicht ein Sexdrang ist. Oder der Drang des Hundes natürlich, der Vervielfältigung. Ich weiß es nicht, aber natürlich macht es Sinn. Aber der ist nicht sexkrank oder sechstüchtig oder so. Also dafür müsste jetzt Martin Rütter hier sitzen. Ein gesunder, normaler Hund. Genau. Aber dafür müsste Martin Rütter jetzt sitzen. Mit dem mache ich eben gerade eine Sendung bei Box. Die heißt Die tierischen Zehen. So. Du darfst ja nicht deine Funde zeigen, Pop dich schlank. Schauen wir einmal kurz rein. Ah, okay. Schauen wir einmal kurz rein. Dienstag 2015. Aber wir schauen nur rein. Jochen, wenn du versprichst, dass du dieses Spielzeug nie ausprobierst. Okay. Zumindest nicht ausprobierst. So, bitteschön. Die Sexindustrie ist eine der wirtschaftsstärksten Branchen. Nur an die Hunde denkt mal wieder keiner. Ja, das denken sie. Hier ist Platz 6 der krassen Beispiele der Vermenschlichung. Hunde schnackseln gern, das weiß jeder. Nur weiß der Rüde manchmal nicht so genau, worauf er seinen Sexualtrieb richten soll. So ähnlich wie für Menschen gibt es inzwischen nämlich auch Erotik-Spielzeug für Vierbeiner. Also ich meine, manche Leute finden ja Sextoys generell. Igitt, Ben, wie stehst du zu Liebesspielzeug? Ich bin gerade beschäftigt, Jochen. Wie fühlt es sich an? Also es fühlt sich an. Kennt ihr Frösche? Und die Frösche, so wie dieses Weiße unter die Frösche. Nein, die sind so weich. Und wenn man die so anfängt, wie die Gummibärchen-Frosche. Ja, wie die Gummibärchen-Frosche, genau. Ja. Aber Jochen, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, ja. Das ist ein sehr sympathischer, hochseriöser junger Mann, dem Sie auch jederzeit eine Versicherung abkaufen können, wenn Sie wollen, oder nicht? Ja, also ich meine, das gehört, also Sex gehört natürlich zum Leben bei uns. Absolut, und ich mag das auch, wie entspannt ihr da darüber redet, das finde ich genau richtig. Ja, aber es geht natürlich in der Sendung nicht nur um Sex, sondern es geht einfach um Tiere generell. Martin als Hundeprofi weiß natürlich viel darüber zu berichten und man lernt auch sehr viel bei der Sendung. Wie wir gerade gesehen haben. Ja, genau, also ich meine, wer wusste denn, dass es Sextspielzeug für Hunde gibt? Also die wenigsten wahrscheinlich. In der Tat, nein. Und Martin Rütter ist ohnehin einer der unterhaltsamsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Insofern, großer Spaß. Herzlichen Dank, Jochen. Ich glaube, wir werden von dir noch sehr viel sehen und hören. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eine launige Runde bei Desiree Nospus. Herzlichen Dank, Desiree. Alles Gute für euer gemeinsames Theaterprojekt. St. Pauli Theater. St. Pauli Theater hier in Hamburg. Hier in Hamburg. Ab wann? Donnerstag, 14. 14.15. Geht's los? Und dann? Dann nach Berlin geht's nochmal. Dann nach Berlin geht's nochmal. Wir spielen in Berlin auch. Also, da schauen wir gerne vorbei. Dankeschön. Viel Glück dafür. Ist nicht einfach. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Katja Kipping, die es heute nicht einfach hatte. Aber jemand ist, der zumindest noch an eine bessere Welt glaubt. Solche Leute brauchen wir auch. Ich freue mich sehr über den Besuch von Friedhelm Busch. Herzlichen Dank, Dr. Friedhelm Busch. So wird es auch, wie gesagt, weiteres glauben. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Horst Schroth. Horst, wo sehen wir dich? In den Kabaretttheatern der Republik, rauf und runter. Dieser Republik unterwegs. Herzlichen Dank Ihnen. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Tschüss. Musik